Wir haben uns gescheiter. Ich weiß nicht, wie wenigstens. Genau. Wenn ich sonst immer im Hintertreffen bin, dann habe ich mir gedacht, dann brauche ich es. Wenigstens da mal was größeres haben wir der Kleine. Vielen Dank. Du traust ihm nicht, wenn er in der Luft ist, was? Das hat schon mal Kollision gegeben. Ja, weiß ich. Deswegen. Was war das noch mit dem Oettelseb? Ja. 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 Ja.